Hallo, mein Name ist Peter Reitz von der Change Active Akademie. In diesem kurzen Video möchte ich dich informieren über die Online-Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie. In der Ausbildung arbeiten wir mit fünf Kursskripten. Diese haben eine Länge von je 60 bis 70 Seiten. Eine Ausnahme ist der letzte Kursskript. Dieser ist vom Umfang her schlanke und hat einen Umfang von circa 20 Seiten. Dazu erhältst du circa 150 Online-Videovorlesungen. Diese sind für dich wissens- und handlungsleitend zusammen mit dem Skript und so hast du synchron zwei wichtige Lernunterlagen, um dir das Wissen anzueignen und zu vertiefen. Dazu treffen wir uns alle vier bis sechs Wochen im virtuellen Online-Klassenraum und kommen zusammen, können schauen, wie klappt es mit dem Lernen, wo gibt es vielleicht Hindernisse, die wir ausräumen können und können in dem virtuellen Klassenraum zusammenkommen. Die persönliche Betreuung ist uns sehr, sehr wichtig und so arbeiten wir im Kurs Lernziel basiert und strukturiert und du hast die Möglichkeit, die jeweiligen Lernziele des Kurses auszufüllen und deine Kursbetreuung zu übersenden. Dazu erhältst du individuelles Feedback ein bis zwei Wochen nach der Einsendung deiner Lernziele. Die persönliche Kursbetreuung ist für dich jederzeit erreichbar per E-Mail oder nach Absprache auch per Telefon. Die Inhalte deiner Online-Ausbildung kannst du für ein Jahr abrufen, eine Verlängerung ist möglich. Und zu guter Letzt, wir arbeiten seit über zehn Jahren erfolgreich in der Ausbildung Heilpraktiker Psychotherapie. Du hast noch weitere Fragen, die noch nicht beantwortet werden konnten, dann schreibe eine E-Mail an info at change-active.de. Ich freue mich!